Der Power-Staat am Golf. Dubai ist pleite. Vielleicht. So geht das Gerücht an den Börsen. Ich gebe nur wieder, was ich vernommen habe. Also nicht, dass jetzt alle ihr Geld aus Dubai abziehen, okay? Dubai ist so pleite, der Emir gibt einen Kalender raus mit Aktfotos von den Scheichs. Dubai ist so pleite, heute beschließt das Emirat ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Dubai ist so pleite, zum Antrittsbesuch kommt nicht Westerwelle, sondern Dirk Niebel. Morgen geht's weiter. Dirk Niebel ist der Entwicklungshilfeminister. So was kann man wissen.